Musik Machinarium Oder auch Maschinarium Wie auch immer Das ist ein süßes kleines Point-and-Click-Adventure In dem er den süßen kleinen Roboter Joseph spielt Der auf einem Schrottplaneten gelandet ist Böse Roboter-Jungs ärgern ihn Und sperren ihn ein Und bauen zu allem Überfluss auch noch eine Bombe Kennen wir das nicht alle aus unserer Schulzeit Ihr müsst nun die Schrottstadt erkunden Mit anderen Robotern interagieren Und ihre Wünsche erfüllen, damit sie euch weiterhelfen Euer Roboter Joseph kann sich entweder größer machen Um höher gelegene Objekte anzugucken oder einzustecken Oder verkleinern, um unter Dingen hindurchzufassen Alles was ihr findet, frisst Joseph einfach auf Und trägt es in seinem Blechbauch herum Manchmal müsst ihr auch gefundene Gegenstände Miteinander kombinieren, damit sie etwas bringen Eine Schnur Ein Haken Eine Angel Natürlich gibt es hier und da ein paar knifflige Rätsel Die aber lösbar sind, sofern man keine verkümmerte logische Gehirnhälfte hat So wie ich Zu dem Spiel gibt es noch eine Audio-CD mit dem Soundtrack des Spiels Der meiner Meinung nach total chillig ist Und es gibt neben Machinarium noch ein Spiel Samorost oder auch Samorost 2 Das ist ein etwas einfacher gestaltetes Browser-Game Das man auch mal zwischendurch spielen kann und was ganz niedlich ist Oh mein Gott, zwei Spiele und eine Audio-CD Das ist ja wirklich ein total günstiges Angebot Fantastisch Ich würde mir das Spiel tausendmal kaufen Das einzige, was ich an dem Spiel auszusetzen hätte, wäre, dass es ein bisschen kurz ist Aber das kommt jetzt auch von einer Person, die eh den ganzen Tag spielt Also wenn man es sich einteilt, dann sollte es schon eine Woche halten Außerdem muss man dazu sagen, dass alles in dem Spiel handgezeichnet ist Und das verleiht dem Ganzen irgendwie einen kritzeligen, schmutzigen Charme Was das ganze Spiel noch einmal künstlerisch wertvoll macht Ich finde, man merkt bei Machinarium die Liebe, die in das Spiel reingesteckt wurde Es ist niedlich und es ist gut zum mal zwischendurch spielen Und deshalb bekommt Machinarium von mir eine zu 95% ausgefahrene Radio-Antenne Hi, ich bin Alexandra und vor einiger Zeit hatte ich eine Idee Ich will nicht mehr in den Wald gehen müssen Um zu müssen Es sollte irgendwas geben, das wie ein kleiner Wald ist Nur bei mir zu Hause Und ohne Bäume Und plötzlich ist es da, ja Bam! Eine Kloschüssel Und es hat diese nette kleine Funktion hier Ich kann sogar zwei Sachen auf einmal wegspülen Ich bin ein WC Und in eine Schüssel kacken war meine Idee Komm, sag sie, es war meine Idee Du so moja, du so moja Und in eine Schüssel kacken war meine Idee Und in eine Schüssel kaku Und in eine Schüssel kring Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin ein OP und Leute in einem sterilen Raum operieren, war meine Idee Ich habe eine Herausforderung an Leute aus dem Internet gestellt und zwar sagt laut, ich schaue immer Kult Mirror in 1 Festival Okay, das klingt jetzt nicht unbedingt Eigenwerbung machen, darum ändere ich das jetzt so, dass es keiner mehr versteht, sage laut, ich schaue immer Kult Mirror in 1 Festival rückwärts, ohne abzulesen, mit einem lustigen Hut auf dem Kopf, hey, man muss sich nicht mal bewegen oder irgendwas machen, bei dem einem Kotz übel wird, eine leicht zu bewältigende Herausforderung, oder? Das ist mein dämlicher Hut. Eine lebende Ratte. Ich braue mir. Holz mir. I. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7.